So, ein sehr trauriges Kapitel bei Harz und Herzlich. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Serie auf RTL 2, beziehungsweise Harz und Herzlich hat ja mehrere Standorte. Mannheim ist ein Standort, die Benz-Baracken in Mannheim. Dann gibt es noch Rostock und ich glaube noch Magdeburg oder was anderes noch. Also Rostock und Mannheim sind aber, wie gesagt, die, also es geht jetzt um Rostock. Harz und Herzlich Rostock und im Stadtteil Groß-Klein, was seit 2020 bekannt gemacht wurde von RTL 2, von dem Team von RTL 2. Liebe Grüße, ist, ja, Manja länger zu sehen gewesen. Manja und ihr Freund und Manja war schwer krank. Manja hatte, ja, wie soll man das sagen, MS, also eine schwere Krankheit und, ja, es ging ja dann immer schlechter. Es sind übrigens auch schon mehrere Leute gestorben bei Harz und Herzlich. und Lisa, wenn ich jetzt falsch liege, bitte kommentiert, Lisa Marie. Ja, genau, ein sehr trauriges Kapitel, wie ich finde. Und, ja, wie gesagt, Manja war, ich glaube auch noch Gudrun, Manja war sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr krank. Und sie hat, ja, mit ihrem Freund dort gelebt und, ja, es ging ihr immer schlechter dann so, dass auch wohl, ja, es konnte wohl noch gedreht werden, aber es ging ihr immer schlechter. Also sie war sehr schwach dann wohl oder hatte dann auch Ausfälle beziehungsweise sie war nicht mehr so da wie am Anfang. Durch die Krankheit sehr geschwächt beziehungsweise sehr zurückgestoßen, kann man sagen. Und, ja, das ist dann so geendet, dass sie dann jetzt verstorben ist. Und dafür mein herzliches Beileid. Manja aus dem Rostocker Harz und Herzlich, Groß- und Klein-Stadtteil. Ja, Manja und Martin, genau. Kleiner Nachsatz jetzt hier. Also Manja hat schwermultiplik Xlerose gehabt und ist daran letztendlich gestorben. Martin, ihr Freund, Mann, ja, konnte ihr dann praktisch auch nicht mehr helfen und, ja, hatte gerade noch mal das Geld für die Bahnfahrt zum Krankenhaus und Manja brauchte zum Schluss immer wieder medizinische Soforthilfe. Sie kam kaum aus dem Bett raus, weil sie dann einen MS-Schub hatte. Und, ja, eine sehr traurige Geschichte im Kapitel von Harz und Herzlich, Rostock. Und, ja, nach wie vor mein herzliches Beileid. Übrigens an alle, die schon verstorben sind, mein herzliches Beileid auch für die Angehörigen. Und, ja, das ist sehr, sehr traurig, sowas. Manja war schwer krank und man hat sie dann doch letztendlich nicht retten können. Ich hätte ihr gewünscht, dass sie die richtige Medizin, die richtige Behandlung bekommt, dass sie noch ein paar schöne Jahre gehabt hätte, aber man hat ihr nicht helfen können zum Schluss. Es war zu schwer, die Krankheit.